Spider-Man No Way Home ist einer der erfolgreichsten Filme der letzten Jahre und Minecraft ist eins der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten. Also war es klar, dass früher oder später jemand diese beiden Sachen miteinander verbindet und genau das machen wir heute. Und zwar werden wir die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft in Minecraft sein. Wir testen das Ganze zunächst in einer Amplify World, später dann auch noch in einer Großstadt und zum Schluss auch noch in einer ganz normalen Welt. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Ich habe hier in meiner Hand natürlich einen Webshooter und damit kann man, wie der Name schon sagt, webshooten. Und so kommt man zum Beispiel hier ganz leicht hoch, indem man immer so ein bisschen Rechtsklick drückt und es früh genug wieder loslässt. Guckt, wo man hin will, sich hochzieht. Es ist so ein bisschen wie ein Grappling-Hook, aber da wir Spider-Man sind, ist es natürlich der Webshooter. Und zack, ist man oben. Natürlich kann man sich damit nicht nur ziehen, sondern man kann auch schwingen, wie ihr jetzt hier seht. Aber auch auf dem Boden ist unser Movement neu, weil wir jetzt so einen Doppelsprung haben. Und wir können jetzt hier so an der Wand klemmen, auch ein bisschen schräg, wie Spider-Man das selber machen würde. Die Amplified World ist einfach der perfekte Spielplatz für Spider-Man in Minecraft, weil es gibt so viele hohe Türme quasi, wie New York auch in echt. Und auch Sachen, wo man drunter schwingen kann, wie hier, sich hochziehen kann und wieder hochfliegen. Generell scheint es, als wäre der Webshooter aber von Peter Parker selbst designt, weil die sind unheimlich buggy und das Movement ist eigentlich komplett nur auf Glück basiert. Es hängt alles davon ab, ob man tatsächlich mal was trifft und wenn was man trifft und wie sehr man sich hochziehen lassen kann und ob man dagegen haut und so weiter. Aber für die paar Momente, wo es wirklich mal klappt, wie man es möchte, ist das schon echt cool, bis es dann wieder nicht mehr klappt. So kann man zum Beispiel auch nie genau vorhersagen, wie lang das Seil ist, was einen jetzt hier durchschleudert und ob man durch diese Lücke durchkommt oder nicht. Und auch die Entfernung, die der Webshooter trifft, ist gefühlt bei jedem Schuss anders. Manchmal trifft er 10 Blöcke weit, manchmal trifft er 110 Blöcke weit. Nur nie, wenn du es gerade richtig brauchst. Also da wird es auf jeden Fall mal Zeit für ein Upgrade von Tony Stark. Was allerdings ziemlich viel Bock macht, ist irgendwo runterspringen, sich umdrehen und dann wieder ranwippen und das Ganze einfach ein paar Mal wiederholen oder sich um so einen riesigen Felsen drumherum schleudern. Man muss nur aufpassen, dass man nicht zu weit wegfliegt von dem Ding, damit der Webshooter auch noch trifft. Nicht so wie jetzt. Da Spider-Man natürlich normalerweise in der Großstadt wohnt, habe ich mir jetzt hier mal so eine Map gezogen, dass wir das auch mal an Häusern testen können. Und es klappt auf jeden Fall schon deutlich besser, weil man die eindeutiger sieht und wenn man eindeutiger die Punkte hat, wo man hinschwingen möchte, ab und zu stürzt man trotzdem noch ab und landet direkt vor einem LKW, auch chillig. Aber an sich macht das in der Stadt schon nochmal deutlich mehr Bock, auch weil es halt einfach noch mehr danach aussieht. Vor allem, wenn man dann noch in den F5-Modus geht und auch den Anzug anhat, da kommt schon Freude auf. Vor allem, wenn man dann die Moves auch noch schafft. Das nächste, was ich testen möchte, ist, dass ich mich hier runterschwinge und dann an dem Kran da hinten weiterschwinge. Also, einmal so, einmal so, Kran treffen, wunderbar. Und das Haus auch noch getroffen und mitten in einem Feld gelandet. Aber das war gar nicht schlecht, das versuchen wir nochmal. Okay, versuchen wir es diesmal von hier vorne. Schwingen, schwingen, legs, schwingen, legs, hallo, hör auf damit. Nochmal schwingen und an den Kran auch noch und voll in die Baustelle. Das hat schon mal gut geklappt und auch Gebäude hochkraxeln klappt relativ gut. Vorausgesetzt, man kommt nicht zu nah, weil man dann halt daran kleben bleibt. Buchstäblich wie eine Spinne. Aber an sich klappt das ganz gut. Und da jetzt auch Nacht ist, kommt der richtige Spider-Man-Vibe. Und hier sind die Häuser auch gut auseinander verteilt, dass man genug Platz zum Schwingen hat. Aber die auch meistens immer trifft. Außer man kommt zu nah an ein Haus, sodass man nichts mehr sieht außer dieses Haus. Man kann jetzt hier zwar schön in die Büros gucken, dafür kann man auch nichts anderes mehr treffen. Außer hier vielleicht. Ja, tatsächlich. Und yeet. Und hier hoch. Nicht getroffen. Nicht getroffen. Nee, nee. Hau ab. Mit Glück habe ich mich nicht erschrocken. Da bin ich ganz ruhig geblieben wie ein Pro. Aber ich bin ja auch ein Avenger. Wird von mir ja auch verlangt. Kein Thema. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, euch auch so eine City-Map runterzuladen. Macht tausendmal mehr Spaß als in einer Amplified-World. Aber eine Art von Welten haben wir noch gar nicht getestet. Und das sind die ganz normalen Default-Maps. Neben dem Webshooter, wo man hier auch nochmal die kompletten Controls sehen kann, kriegt man auch noch die Long-Fall-Boots. Die bringen einem nicht nur kein Fall-Damage, sondern halt auch den Double-Jump und dass man rutschen kann und auch an Wänden entlanglaufen kann. Das haben wir ja alles schon gesehen, aber ich wollte es trotzdem nochmal sagen. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier in einer normalen Welt. Also kein Amplified, keine Riesenstadt. Einfach eine stinknormale Welt. Und ihr seht schon, dass es hier nicht so wirklich funktioniert, weil man keine hohen Punkte hat, wo man sich hochziehen kann. Und da dieser Mod nur für die 1.16 existiert, gibt es noch nicht mal die krassen Berge, die wir ja jetzt in der 1.18 kennen. Was es aber gibt, sind Hasen. Deswegen kann man den Grappling-Hook zwar benutzen, um sich schnell fortzubewegen, aber für alles andere auch nicht wirklich. Wenn man dann doch mal ein paar Hügel findet, dann kann man es zwar versuchen, aber man wird sehen, dass das relativ frustrierend ist. Und man wahrscheinlich auch mehr damit bedient, wäre hier einfach ganz normal hochzulaufen. Für manche Sachen ist der Grappling-Hook aber trotzdem praktisch, weil man sich hier seine Kühe einfach zu sich ziehen kann und draufhauen kann. Und wenn die weglaufen, einfach mit dem Grappling-Hook wieder zu einem ziehen. Nein, du bleibst bitte bei mir. Läu. Was ist denn das jetzt? Ich habe eine Web-Trap bekommen. Es gibt sogar noch Loot. Was passiert denn, wenn ich das jetzt setze? Nichts. Chillig. Was passiert denn, wenn ich das auf einen Mob werfe? Dann kriegt er Schaden. Okay. Und da erscheint minimal manchmal ein kleines Spinnennetz irgendwo drüber, was ihn festhält. Okay. Das ist doch ganz cool. Komisches Geräusch. Und es bringt auch nicht so wirklich viel, weil er ist direkt wieder raus. Aber okay. Es gibt natürlich auch noch eine komplette zweite Seite. Und das hier sind tatsächlich alle Spider-Man-Mods. Es gibt die Longfall-Boots und die, die wir gerade anhaben. Es gibt den Web-Shooter mit verschiedenen Sachen enabled. Das ist der, den wir im Inventar haben. Und den kann man auch noch upgraden mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Zum Beispiel auch mit Raketen und so weiter. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass der schon alles drin hat und das einfach auf einem anderen Mod basiert. Weil der kann eigentlich alles, was man sich da jetzt gerade vorstellen konnte von den Sachen. Ja, also ich glaube, damit kann man doch schon mal der beste Spider-Man von Minecraft werden und sich in MJs Herz schwingen. Das ist das Problem.